Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Frau, ja? Meine Tochter. Sie sind die reinsten Nervensegen. Du darfst nicht heiraten. Diese egoistischen Arschlöcher. Du glaubst nicht an mich, aber andere Leute glauben an mich. Haltet euch beide ruhig für Rockstars. Ich hab dafür gesorgt, dass du deinen Traum nicht aufgibst. Seit ich dich kenne, hab ich alles verloren. Und du auch. Ich hab die Nase voll. Ich geb mich nicht mit kleinen Jungs ab. Das ist typisch bei Jugendlichen. Das ist ein Hilfeschrei. Du hast mir mein Leben versaut. Willst du mir auch noch mein Selbstmord versauen? Hallo? Oh, was ist denn mit den Typen los? Dauernd werde ich angequatschen. Also unser Monsieur braucht hier etwas, was ihn verjüngt. Vielleicht mit einer Prise Botox. Ah, du fängst hier gleich ein. Hey, jeder. Habt ihr ein bisschen Shit? Verdammt, Jill Bär. Die sind erst acht Jahre alt.